Die Wandereiche-Cremaladen. Uh, mit Sauna. Grüezi. Es ist Sommerschlussverkauf. 50% auf Bademode, Clocks und auf Sonnencreme aus eigener Herstellung, oder? Oh, großartig. Ich glaube, ich nehme fürs Erste mal Stiefel? Äh, Winterstiefel und warme Kleidung. Das findet sich alles in der Winterabteilung. Oh. Ähm, ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass vielleicht eine andere junge Frau, die, ähm, die Königin vielleicht, ich weiß auch nicht, hier durchgekommen ist? Du bist die Einzige, die sich bei diesem Wetter raustraut. Du und der da. Grüezi. Es ist Sommerschlussverkauf. Grüezi. 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 Vielen Dank.